Warum mir? Na ja... Ein kleiner Schwindel musste sein, den ich dir gern gestehe. Ich hoffe, diese Wahrheit tut nicht allzu sehr dir weh. Nicht immer lief als Superparty-Pony ich durchs Land. In Wahrheit war ich schüchtern und ach so gut wie unbekannt. Ganz zufällig hat mich mein Weg nach Ponyville geführt. Dort sah ich einen Party-Tanz, der hat mich fasziniert. Alles war perfekt, am allermeisten freute mich. Jedes Pony auf der Party trug ein Lächeln im Gesicht. Von diesem Tag an schwor ich einen neuen Weg zu gehen. Ein jeder sollte mich als Superparty-Pony sehen. Ein extra-super-duper-Party-Pony wurde ich. Ich reiste durch Equestria und alle liebten mich. Doch allein hätte ich das nie geschafft, es half jemand dabei. Diese große Party plantest damals du, Pinkie Pie. Ich? Ja! Wirklich? Wirklich!